Hallo, wir sind hier in Berlin bei LG und haben uns mal die beiden neuen G4 Modelle besorgt, beziehungsweise das G4, das kennt man ja nun inzwischen schon, habt ihr wahrscheinlich auch schon in einem unserer anderen Videos gesehen. Es soll heute um den kleinen Bruder gehen, das ist nämlich das G4C. Wenn man die so ein bisschen nebeneinander hält, dann sieht man schon, ja die Ähnlichkeit ist relativ deutlich. Der Größenunterschied und der Ausstattungsunterschied ist allerdings das, was eben dann nicht nur die Preise deutlich auseinander treffen lässt, sondern eben auch die Qualität, beziehungsweise das Aussehen. Das G4C heißt im Prinzip nur G4C, denn im Grunde handelt es sich letzten Endes von der Ausstattung und ich glaube auch von der Hardware her so ziemlich genau um ein LG Magna, das ja schon auf der CES im Januar gezeigt wurde. Es ist im Prinzip eine 5 Zoll Version des G4, der normalen Variante des G4 sozusagen, also vom Design orientiert man sich da sehr stark dran. Es hat auch diese relativ scharfkantigen Ecken inzwischen. Ansonsten auch wieder dieses leicht gecurvede Design, die sprechen glaube ich von einer Smooth Curved oder so ähnlich. Liegt dadurch sehr angenehm in der Hand, ist allerdings am Rand ein bisschen kantiger geworden als das große G4 sozusagen. Der Unterschied besteht, wie gesagt, vor allem im Preis und der Ausstattung. Es ist jetzt nicht so wie beim Sony Xperia Z3 Compact zum Beispiel, dass man hier ebenfalls High-End Hardware reinpackt, sondern es handelt sich eben um ein in der unteren bis mittleren Mittelklasse angesiedeltes Gerät. Wir haben also ein 5 Zoll Display mit einer Auflösung von 1280x720 Pixeln. Ist also nur ein Viertel von dem an Pixeln, was das G4 zu bieten hat mit seinen 2560x40 Pixeln. Außerdem haben wir hier den guten alten Snapdragon 410 verbaut. Das ist also der kleine Quad-Core mit 1,2 GHz und LTE-Support bis 150 Mbit. Macht insofern eigentlich dann durchaus auch, ja, jetzt nicht so ein Problem im Alltag. Ist halt kein besonders performanter SoC, der dürfte dann auch schon aus einigen anderen Smartphones bekannt sein. Von der Leistung her kommt er so gerade so mit dem 720p Display klar. Wir haben außerdem 1 GB A-Welt-Speicher und 8 GB Flash-Speicher in dem Fall hier nur verbaut. Das ist also wirklich so eine Art Sparversion des G4, was sich eigentlich nur noch von der Optik an dem großen Vorbild oder an dem Top-Modell halt orientiert. Ansonsten, ja, Micro-SD-Kartens wird das hier natürlich vorhanden. Wir haben außerdem eine 8 Megapixel-Kamera hier auf der Rückseite. Da fehlen all die großen Kamera-Features des neuen G4. Es gibt also keinen Laser-Auto-Focus, es gibt keinen Farbsensor und ähnliche Späße, sondern es ist eine ganz einfache 8 Megapixel-Kamera. Auch auf den optischen Bildstabilisator muss man hier leider verzichten. Und dafür bezahlt man dafür aber dann eben auch nur, ich glaube, bei 250 Euro ungefähr wird es losgehen. Wir haben hier wieder das Rear-Key-Design, also die Lautstärkewippe um den Power-Button herum, der hier in der Mitte angeordnet ist und sich auch gegenüber dem Magna nicht verändert hat. Wir haben hier den LED-Blitz, der einzeln vorhanden ist. Hier drunter sitzt, unter der abnehmbaren Rückseite, die lasse ich jetzt einfach mal drauf, spare ich mir die Arbeit, das da abzupolen, sitzt ein 2540 mAh großer Akku, der zusammen mit dem recht sparsamen SoC von Qualcomm eigentlich eine ziemlich ordentliche Laufzeit erreichen sollte. Man dürfte also mit dem Gerät durchaus mal zwei Tage hinkommen. Leder-Versionen gibt es vom G4C, soweit ich informiert bin, nicht. Stattdessen einfach nur die silberne, mit diesem Rautenmuster versehene Version, beziehungsweise Titangrau wird die ja genannt. Dazu eine weiße Version und eine goldene Version, so wie beim G4 in den Standardversionen auch. Unten der einzelne Monolautsprecher, der hier vorhanden ist und am linken Rand dann hier der Eingriff. Oben das Noise-Canceling-Mikrofon, der 3,5 mm Klinkenanschluss. Auf der linken Seite auch nichts, denn die Tasten sitzen ja alle auf der Rückseite. Dann das Sprachmikrofon und natürlich der Micro-USB-Porn. Ja, das war es im Grunde schon. Allerdings eine Eigenschaft des großen G4 hat man hier dankenswerterweise immerhin übernommen, beziehungsweise erhalten. Das ist nämlich die ganz leicht gebogene Form des Displays. Also wenn man das Ding auf den Tisch legt, dann stellt man fest, dass sich da so ein Abstand von einem Millimeter ungefähr zwischen dem Tisch, also zwischen der Oberfläche des Tisches und dem Display bildet. Das liegt daran, dass eben die Enden dann auf dem Tisch aufliegen. Ja, das G4C, hier das neue Smartphone von LG, bietet auch wieder die üblichen Software-Features des großen Bruders. Man hat hier also den Double-Ted-to-Wake-Up zum Beispiel am Start. Und außerdem gibt es dann natürlich noch die Option, hier Android 5.0 zu nutzen, beziehungsweise hier läuft definitiv Android 5.0 drauf. Hier ist es noch 5.02 auf dem G4, es ist inzwischen schon 5.1. Und ja, das war ein ganz kurzer Blick auf das LG G4C im, ja, nicht unbedingt Vergleich, aber die Hardware lässt sich ja ohnehin kaum direkt vergleichen. Aber wir können ja nochmal hier kurz die Geräte miteinander halten. Also da zeigt sich der Größenunterschied zwischen dem 5 und dem 5,5 Zoll Display in der Diagonale dann schon sehr, sehr deutlich. Die beiden Geräte sehen sich ansonsten ja durchaus einigermaßen ähnlich. Es gibt eben nicht diesen Premium-Look, den man vom G4 dann kennt, beim kleinen G4C. Wie?